Henning kommt gleich. Drei Minuten, zehn Minuten... Gleich, Hannah! Geh doch so lange hoch in Hennings Zimmer und trink ein bisschen Blut. Was? Guck dir deine Freundin mal an, die ist ganz offensichtlich ein Vampir. Ich bin Veganerin, also... Na, das ist ja noch schlimmer. Dann geh ich jetzt hoch und trink ein bisschen Hafermilch. Ähm... Euer Hund, der frisst gerade Sachen aus dem Kühlschrank. Wir haben keinen Hund! Okay, ich rede mal mit ihm. Also, der Hund sagte, der hatte Lust auf ein Wurstbrot. Ähm... Was soll ich ihm jetzt sagen? Nichts? Ich rufe ihm ein Taxi. Ich rufe ihm. Ich rufe ihm.